Urdhva, Baddhahasta, Padmasana ist eine Variation des Lotussitzes mit den Armen oben und Hände gefaltet. Urdhva heißt aufgerichtet, Baddhahasta heißt verschränkte Arme oder gefaltete Hände, Padmasana ist der Lotussitz. Aus dem Lotussitz hebe die Arme nach oben, falte deine Hände und schaue nach oben. Und so kannst du dir die Vorstellung entwickeln, ganz weit zu werden. Die gefalteten Beine machen eine breite Basis und sollen heißen, du bist gut geerdet. Die Arme nach oben soll heißen, du öffnest dich für die Himmelskraft. Dabei versuchst du Brustkopf weit zu machen, was heißt offenes Herz, Liebe und Verbundenheit zu allen Wesen. Beine, bis zum nächsten Mal. Bei uns soll ich dich nicht weitergehen, dass keine oder toen, wie ich die Ausstattung habe, das bericht hast, was ist. Keine, bis zum nächsten Mal.